Hallihallo zusammen, schönen guten Abend. So, da sind wir wieder. Da sind wir wieder an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, ne? War ja hier so ein erstes Autobahnprojekt, was wir so ein bisschen verfolgt haben. Dafür sind wir ja hier auch ans Limit gegangen, was die Felder angeht. Beziehungsweise ich hab gekauft, was es halt so gibt. Hallo mit Nightblue, ich grüße dich. Vielen, vielen Dank hier wieder für die 20-Bits. Ich grüße dich. Wie geht's dir? Wie war dein Wochenstart? Ich hoffe, du bist gut in die Woche reingekommen und möglichst ohne Probleme wieder in den Alltag. So, und jetzt müssen wir mal gucken, wo stehen wir denn hier heute? Wir hatten die letzten Male hier das ein oder andere Verkehrsproblem. So wie immer, danke. Wenn das was Positives ist, dann ist das schön. Das will ich doch stark hoffen. Meine Woche ist tatsächlich jetzt schon ganz schön intensiv. Also es... Ich merk's auf jeden Fall. Ich merk's auf jeden Fall. Es ist nicht ohne. Es ist nicht ohne. Aber das hab ich auch erwartet. So, wie sieht's denn hier aus? Der Parkplatz füllt sich. Er wird immer voller und die Leute strömen einfach nur so dazu. Okay. Und das Haus ist zu groß. Die wollen mehr kleine Häuser. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich... Wir müssen wahrscheinlich so langsam wirklich über eine Auslagerung der Stadt nachdenken. Oder einen neuen Stadtteil erschließen. Weil ich hab ganz schön viele Felder jetzt verbraucht für die Industrie. Um die hier hinten auszulagern, ne? Das wär jetzt auch so der nächste Schritt eigentlich. Dass ich hier drüben so ein bisschen mehr die Industrie ausbaue. Um halt den Schmutz halt auch so ein bisschen hier drüben hinzubringen. Und hier rauszuziehen. Prohe Kriminalität? Keine Ahnung, was die für Kriminalität meinen. Weil die Kriminalität... War bis hier hier eigentlich nie das Thema. Ja gut, aber das... Das kann ich nicht beeinflussen hier. Da wohnt niemand und die reden von Kriminalität. Ah, ich hab keine Ahnung. Was ist hier los? Ja, okay, da ist ein... Da ist ein Tatort. Ja, mein... Ja, mei. Ja, nun. Polizei hat schon geregelt. Ah, guck mal. Die parken jetzt hier überall wie die Verrückten, ne? Hier wäre auch Platz für... Für einen... Vielleicht ja... Ich muss definitiv was für die Straßenzustände tun, wie ich das sehe, ne? So, vielleicht... Mit dem Parkplatz... Die haben doch hier dann eine Einbahnstraße, ne? Genau. Dann müssen die da rumfahren. Okay. Okay, aber das gefällt mir hier noch nicht so richtig. So ist besser. Weil die hier nicht so richtig weiterkommen. Das ist halt so ein bisschen das Drama. Das wiederum ist eine witzige Konstruktion, wenn ich das hier so sehe. Da ist ein Wohnhaus mit eigenem großen Parkplatz entstanden. Das ist ja spannend. Okay. Sehr interessant. Mal beobachten. Ob es da häufiger Wohnhäuser von gibt. Weil das würde einige Probleme lösen. Oh, hier sind die Häuser alle relativ schlecht geeignet, ne? Ja. Ja, wir müssen uns so ein bisschen über die Level retten. Und dann halt so ein bisschen gucken, dass wir das nächste Mal einen anderen Stadtteil irgendwie erschließen. Wo wir... Wo wir dann, ähm... Wo wir dann halt nochmal eine Vorstadt bauen können. Es ist aber wirklich überall voll, ne? Ich kann auch leider... Kann ich noch irgendwas forschen? Feuchte bei den Straßen. Wir können den Straßendienst bauen. Wait a second. Wir können den Straßendienst hier schon bauen. Ich habe ihn nur noch nicht gebaut. Hallo Polaris. Ich grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's? So, wir bauen den Straßen... Das Straßengiraffe bauen wir hier hinten. Glaube ich. Genau. Das haben wir noch gar nicht. Postamt. Äh... Ja, Postamt können wir hier hinten noch erweitern. Das ist in Ordnung. Das Straßengebäude, Gedöns, können wir direkt daneben klatschen. Das ist in Ordnung. Hallo Golle, ich grüße dich auch. Hallihallo, schönen guten Abend. Ist die Lage noch positiv, denke ich. Also ich struggle so ein bisschen mit dem Platz. Weil ich das letzte Mal ja hier sehr viel Gelände gekauft habe, was ich jetzt noch nicht so richtig nutzen kann. Deswegen ist die Lage noch ein bisschen angespannt. Ähm... Und ich muss halt noch so ein bisschen überlegen, wo ich halt so die nächsten... Die nächsten Siedlungen baue. Ich habe zwar hier eine Menge Platz, aber ich weiß noch nicht so recht, was ich damit anfangen will. Bin ich ehrlich. Sollen wir mal sehen. Und sonst eigentlich ganz gut. Also geldtechnisch ist halt so ein Auf und Ab, wie es halt am Anfang, glaube ich, auch oft ist. Ähm... Wir haben einen stetigen Zuwachs der Bevölkerung. Soweit in Ordnung, denke ich. Ja, und sonst bei mir persönlich alles gut. Also ich habe gerade schon erzählt, so ein bisschen... Ähm... Meine Woche ist doch recht stressig. Ja, es ist... Ähm... Jetzt noch nicht so... Ähm... Extrem viel zu tun. Aber es ist halt... Einfach viel für den... Für den Kopf, weil alles so neu ist. Und... Ähm... Aber ich hatte heute einen geilen Moment. Ich hatte einen richtig geilen Moment. Der mir... Ähm... Der mir... Der mich tatsächlich seit langer Zeit mal wieder so richtig... So einen richtigen Schub versetzt hat. Das war cool. Ähm... Ich habe erzählt, dass ich in nächster Zeit viele neue Leute kennenlernen werde. Ich werde viele Termine haben. Ich werde viele Themen neu kennenlernen. Und muss innerhalb von kurzer Zeit viele Informationen verarbeiten. Und... Ich habe heute... Ich habe heute... Ähm... Eine Möglichkeit gefunden, wie ich langfristig für mich Informationen verfügbar halten kann. Und das auch... Ähm... Und das auch ohne, dass ich ständig jemanden fragen muss. Und zwar... Naja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ähm... Ich weiß nicht, inwiefern ihr schon mit künstlicher Intelligenz arbeitet. Ähm... Und inwiefern ihr mit zum Beispiel ChatGPT unterwegs seid. Oder halt auch anderen KI-Lösungen. Ähm... Aber da gibt es bei uns auf Arbeit mittlerweile ein Tool, was auch freigegeben ist. Was es ermöglicht, aus Besprechungen, wenn man ein Transkript hat. Also ein Transkript ist im Prinzip eine, ähm... Eine Aufzeichnung in Schriftform von den gesprochenen Sätzen, Wörtern von jeder Person, die teilgenommen hat am Meeting. Das heißt, das Transkript lockt im Prinzip die Gespräche in schriftlicher Form. Ähm... Und das sorgt dafür, dass man halt im Prinzip das ganze Meeting in Schriftform anschließend halt hat. Und die KI ist in der Lage, dieses Transkript und die Inhalte auszuwerten. Das heißt, ich kann im Prinzip diese ganzen Gespräche, die ganzen Meeting-Aufzeichnungen, kann ich dort dann in die KI reingeben. Und dann kann ich die KI bitten, mir Zusammenfassungen zu schreiben, mir Fragen zu beantworten. Und das ist eigentlich das Allergeilste. Ich kann die KI fragen und die KI beantwortet mir dann meine Fragen zu den Inhalten, die im Meeting besprochen wurden. Seien es Termine, seien es Aufgaben, seien es Deadlines, seien es... Ähm... Vor Inhaltsfragen halt einfach. Und das ist so strong, weil ich halt dann einfach mit Transkript jederzeit einfach das Transkript reinschmeißen kann, um dann halt einfach nochmal gezielt nach Fragen zu fragen. Ich kann halt einfach ein Chatbot Fragen stellen zu Inhalten aus dem Meeting. Und das ist großartig. Das erleichtert mir die Arbeit so enorm. Ich habe mich tierisch gefreut heute. Das hätte ich nicht gedacht. Und es wird in der Nutzung sogar noch einfach, weil demnächst muss ich das Transkript nicht mal mehr verwenden, sondern ich kann einfach direkt einem Bot sagen, hey, erstell mir doch mal bitte eine Zusammenfassung des Meetings. Und ich kann... Man kann sich halt voll und ganz auf das Meeting konzentrieren und muss sich keine Sorgen machen. Ist alles dokumentiert. Haben wir alles aufgeschrieben. Das war auch nichts vergessen. Blablabla. Blablabla. Oder deutlich einfacher. Das macht richtig viel... Das hat mir heute richtig viel Spaß gemacht. Aber ja, das war so... Das war so mein Highlight heute. Über sowas kann ich mich freuen. Weil dann... Weil ich jetzt in nächster Zeit irgendwie so 30 bis 40 Meetings habe, wo ich jeweils neue Leute kennenlerne mit neuen Themen und neuen Inhalten. Und jeweils mich dann an das auch erinnern muss. Um dann die Informationen weiter zu verarbeiten. Und das wäre einfach ein Riesenaufwand für mich gewesen. Das alles händisch mitzuschreiben. Und ich hätte wahrscheinlich nicht mal ansatzweise alles mitbekommen. Und jetzt... Tada. Die Lösung. Supergeil. Hey, cool. Wir haben den... Mein... Erreicht. Acht Felder und sechs Forschungspunkte. Sehr gut. Müssen wir gleich mal gucken, ob wir die sinnvoll einlösen können. Was ich beruflich mache. Ich arbeite in der Industrie. Und habe jetzt die Abteilung gewechselt. Und ich kümmere mich jetzt um komplett neue... Neue Inhalte. Und... Ähm... Habe jetzt komplett neuen Themenbereich angefangen. Das ist eine Tankstelle, oder? Ja. Und das ist hier... Was ist das? Das ist auch eine Tankstelle. Eine einfache Zapfsäule. War interessant. Ähm... Genau. Und ich kümmere mich im Prinzip um... Äh... Produktmanagement. Kann man sagen. Genau. So Produktlebenszyklen. Ähm... Ich... Muss mich darum kümmern, dass... Produkte... Äh... Weiter produziert werden. Ersatzteile verfügbar sind. Und... Ähm... Auch langfristig... Über... Ähm... Ersatzteile verfügbar sind für Produkte oder Alternativen. Oder im Zweifel, wenn... Gewisse Sachen nicht mehr hergestellt werden. Ähm... Müssen wir da halt auch dann Lösungen finden. Mal ganz grob gesagt. Hallo Sora. Schönen guten Abend. Ähm... Ja, es ist halt... Eine geile Kombination. Also die... Der Bot kann noch viel mehr. Aber alleine diese Funktion, das... Es ist großartig. Ich meine, wir reden über ein berufliches Thema. Wir reden ja nicht darüber, dass irgendjemand mir meine... Irgendeine KI, meine Privatgespräche abhört. Sondern wir reden ja darüber, dass mir einfach ein Bot Dokumentationsarbeit abnimmt und Auswertearbeit. Und alleine das Thema, dass du am Ende ständig jemanden fragen kannst oder halt einfach den Bot dann fragen kannst und der Bot dir die Antworten gibt zu den Inhalten, die halt im Meeting sind. Und der quatscht dich nicht voll. Der lügt dir nicht an, sondern der sagt dir, das wurde nicht besprochen. Das wurde besprochen. Die Person hat das und das gesagt. Und so weiter und so fort. Oder halt auch da und da kann man gucken, das und das sind Lösungsansätze. Und dann kann man halt auch weiterspinnen und sagen, okay, wenn wir den und den Lösungsansatz haben, was hätte das potenziell für Konsequenzen an der und der Stelle und an der und der Stelle und so weiter. Du kannst ja auch zig Transkripte reinladen und dann sagen so, hey, hier, wir haben die und die Meinungen. Was wären denn mögliche Lösungsansätze? Genial. Man muss natürlich die Daten immer noch selber auswerten. Also was man mit den Daten macht, bleibt ja trotzdem, ähm, bleibt ja trotzdem halt in Menschenhand in Anführungszeichen. Aber es ist halt dieser, dieses, dieses ganze Wust an Information zusammentragen und, boah, das ganze Thema Dokumentation. Keine Ahnung, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber es ist halt einfach, es nimmt einen Großteil der Zeit einfach nur die Dokumentation ein. Die Zeit gewinnt man jetzt teilweise dazu. Liebs. Genau. Und das hat heute sehr viel Spaß gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Oh, ich wollte hier drüben noch. Eins, zwei, drei. Genau. Muss jetzt gleich mal gucken. Wir hatten hier mehrere Projekte. Wir wollten hier noch eine Innenstadt machen. Wir brauchen nämlich kleinere Häuser. Wir brauchen aber auch hier drüben einen Autobahnanschluss, dass das ein bisschen nutzbar wird. Hier die Autobahn. Und irgendwo brauche ich auch noch ein Geschäftsviertel, Büro-Nachfrage, wo wir gerade beim Thema sind. Aber die Büros werde ich wahrscheinlich hier hinten bauen. Genau. Ich bin Entwickler in der IT. Oh ja, da wird hier wahrscheinlich Blackbox.ai auch was sagen. Weiß nicht, ob du damit arbeitest oder damit arbeiten darfst. Gibt ja auch immer Sicherheitsbestimmungen etc. Je nachdem. Aber was so bei Coding fällt mir sofort Blackbox.ai ein. So. Aber jetzt bauen wir erstmal. Ja, tue ich und darf ich ja. Großartig. Das ist ein schönes Helferlein. Am Ende zählt das Ergebnis. Ja. Aber manche Tools müssen natürlich auch den Sicherheitsstandards entsprechen. Von daher ist es ja auch nachvollziehbar, wenn man nicht immer alles gleich direkt verwenden darf. Das gefällt mir hier übrigens noch nicht so richtig, ne? Kriegen wir das schöner hin eigentlich? Es sieht zwar ein bisschen seltsam aus, aber wieso nicht? Ja, und ich verstehe auch, ich verstehe dann auch, wenn Leute halt so ein bisschen skeptisch gegenüber der ganzen Geschichte sind. Aber es ist halt wirklich der Punkt interessant, der einfach sehr viel Zeitersparnis bringt, ne? Also es geht ja gar nicht darum, irgendwas zu ersetzen, sondern du wirst halt einfach enorm effizient. Und du hast dann halt einfach Zeit für Dinge, für die du vorher keine Zeit hattest. Und das ist eigentlich der Hauptgewinn. Wie gesagt, weil man halt einfach mit unnötigen Sachen halt keine Zeit verbringt. Es ist ja zum Beispiel bei vielen Terminen gar nicht so, dass du gar, dass du, wie soll ich sagen, es gibt ja nicht jemanden, der einfach mitschreibt. Es gibt ja nicht mehr Protokollanten oder sowas. Das kann sich ja keiner mehr leisten. Leistet sich auch niemand mehr. Deswegen braucht man ja halt andere Alternativen und alternative Lösungen da. Ist nur in Schulen doof? Ja, das ist aber ein Problem. Also meine Meinung nach ist das nicht ein Problem der Technik oder der technischen Entwicklung, sondern in meinen Augen ist das ein Problem der Schulen. Und zwar, dass Schulen einfach mit dieser Technologie nicht hinterherkommen und nicht so schnell sich adaptieren können, was zum Beispiel halt auch Schulungskonzepte halt angeht. Ihr erinnert euch, ne? Ich komme ja aus dem Lernbereich und meiner Meinung nach ist es dort auch eine sehr sinnvolle Anwendung. Und das Problem ist eher, dass Schule nicht bereit ist für sowas. Das ist eher meiner Meinung nach so ein Thema. Die Schulen sind nicht bereit und die Konzepte, wie Schule halt eigentlich funktioniert und wie Lernen funktioniert, ist nicht bereit für diese Art Technik. Und das wird sich aber auch nicht so schnell ändern. Und deswegen ist das aktuell für Schule ein Problem. Aber wie gesagt... Ja, genau, aber das Problem ist ja das Thema, wie du Hausaufgaben gestaltest. Also natürlich, das aktuelle Problem ist, dass ChatGBT zum Beispiel deine Hausaufgaben löst oder dich halt an anderer Stelle unterstützt oder deine Referate schreibt oder was auch immer. Das Problem ist aber, warum musst du denn Referate schreiben? Ja, also man muss das Thema halt anders denken, bin ich der Meinung. Man kann halt heute nicht mehr Methoden aus den letzten 50, 60 Jahren anwenden, sondern man muss halt einfach auch Methoden aus der jetzigen Zeit halt anwenden. Und das ist eher ein allgemein Schulproblem, wie Wissen vermittelt wird und wie Wissen abgefragt wird, als tatsächlich ein Problem der Technik. Die Schule und die Schulkonzepte sind so ein riesiger Dinosaurier. So ein riesiger, träger Dinosaurier, der sich nur schwer und langsam verändert. Das ist in der Privatwirtschaft noch ein bisschen anders. Ja, da ist man dynamischer unterwegs, auch was die Lehre angeht. Aber die Schule, so diese allgemeine Schulgeschichte ist da ein sehr träger, alter Dinosaurier. Ich meine, warum muss man halt heutzutage immer noch ellenlange Aufsätze schreiben? Was ist der Mehrwert? Warum macht man Gedichtsanalysen? Warum spricht man, warum muss man Gedichte auswendig lernen zum Beispiel? Gut, da sehe ich zum Beispiel noch einen Lerneffekt dahinter, so von wegen, dass man sich halt fokussiert, Sachen auswendig lernt und so weiter und so fort. Aber geht das nicht auch anders? Das ist ja immer so die Frage. Geht das nicht auch anders? Kann man das nicht effektiver machen? Und da haben wir noch nicht mal über Inhalte gesprochen, sondern nur über Methodik. Ja, also und letztendlich KI ändert vieles an der Methodik, weil halt Inhalte, die du dir erarbeitest, nicht mehr so wichtig werden, sondern es ist wichtiger, wie du mit den Inhalten umgehst. Ja, das heißt, es wird zum Beispiel auch wichtiger zu wissen, okay, das und das ist, ähm, das und das ist die Ausgabe von der, von der KI. Es ist wichtiger zu bewerten, ist das denn korrekt? Wie gehe ich denn, wie gesagt, wie gehe ich denn damit um, als tatsächlich den Inhalt selber sich zu erarbeiten durch Bücher etc. pp. Nichtsdestoweniger haben Bücher natürlich oder halt auch irgendwelche Recherchen, haben auch ihre Wichtigkeit. Ja, also das ist ja nicht schwarz und weiß. Ich sage halt nur, dass dieses Grundkonzept durchaus zu hinterfragen ist. Dass man halt nicht einfach so weitermachen kann wie bisher und KI ist da ziemlich radikal und disruptiv, sagt man ja auch dazu ganz gerne, weil das halt grundsätzliche Dinge einfach in Frage stellt. Was nicht immer schlecht ist. Ja, manche Sachen müssen auch dringend hinterfragt werden. Ganz dringend. Kann nicht mal Rechtschreibung. Na gut, das ist, das wird die, das wird die KI ja auch nicht abnehmen, ne? Also so, es werden, das ist ja auch eher so eine Frage dann, wie, wo, was, was kann, was kann künstliche Intelligenz, was kann sie nicht? Sie kann dir sicherlich dabei helfen. Auch Sprachen besser zu sprechen oder Sprachen besser zu lernen, anders zu lernen, schneller zu lernen. Aber es bleibt halt dabei, dass das Lernen bei dir, bei den Menschen halt bleibt. Die Frage ist nur später, inwiefern ist das Thema, ich kann eine Sprache nicht, eine Hürde oder nicht. Ja, ich könnte dir zum Beispiel jetzt sämtliche Sachen in viele Sprachen übersetzen lassen. Die Frage ist, wie richtig ist das denn? Weil viele Sprachen kann ich gar nicht bewerten, ob die richtig übersetzt sind oder nicht. Das ist die andere Problematik. Aber diese Hürde, etwas in eine andere Sprache zu übersetzen, ist einfach nicht mehr da. Die Frage ist halt nur, zu welchem Grad ist das korrekt, was da übersetzt wird. Das ist halt eher der Punkt. Das heißt, ohne dass ich zum Beispiel, dass ich Mandarin spreche, kann ich dir viele Texte oder können viele Texte sofort von Deutsch oder Englisch in Mandarin übersetzt werden. Die Frage ist halt nur, wie korrekt ist das? Wie groß ist die Fehlerquote? Und mein Problem ist, dass ich es nicht bewerten kann. Das ist das Problem. Aber dieser Akt, ich habe eine Sprache und ich übersetze einen Text in eine andere Sprache, das ist heute kein Problem mehr. Dafür braucht man auch nicht zwingend Übersetzungsdienste oder sonst irgendwas. Den Übersetzungsdienst brauchst du, um das zu bewerten. Ob das korrekt ist oder nicht. Das heißt, die Aufgaben verändern sich, die Problemstellungen verändern sich. Aber dadurch kann man halt auch, meiner Meinung nach, relativ schnell Zugang zu neuen Informationen bekommen, die einem vorher verwehrt blieben. Und da kratzen wir ja gerade nur am oberen Teil der Geschichte. Und auch, KI kann auch unterstützen beim Lernen, weil es dir andere Methoden geben kann. Zum Beispiel, wenn du sagst, Thema Rechtschreibung, KI kann dir dabei helfen, dir Pläne oder Methoden vorzuschlagen, wie du dich bei dem Thema verbessern kannst. Das heißt nicht, dass es bei dir funktioniert. Aber es gibt dir im Prinzip Lösungsansätze, Vorschläge, an die man vielleicht noch nicht gedacht hat. Oder es gibt dir Methoden, die du ausprobieren kannst, um in einer gewissen Thematik dich zu verbessern. Das sind so die Sachen. Das heißt, du musst dir nicht selber Sachen überlegen oder musst nicht zig Bücher wälzen, sondern du lässt dir das halt einfach vorschlagen und kannst dann mit einem Chatbot darüber diskutieren. Konkreter Sachen, Beispiele, kannst dir Zeitpläne geben lassen, Zeitpläne erarbeiten lassen und daran halten musst du dich dann damit trotzdem. Aber das kann dir dann dabei helfen, halt um das vielleicht in eine gewisse Routine reinkommen zu lassen oder in einen gewissen Alltag halt einzubauen. Dafür ist das großartig. Machen musst du es trotzdem am Ende selbst. Das nimmt es dir nicht ab. Ja, also das Lernen an vielen Stellen bleibt halt schon noch, gerade wenn es um Methodik halt geht. Aber du fängst an vielen Stellen halt nicht auf dem weißen Blatt Papier an, wenn du sagst so von wegen, ja, ich weiß noch nicht, wie ich mir das beibringen soll. Dieses ich weiß noch nicht wie, dieses wie kann dir zum Beispiel KI vorschlagen. Ob das dann das Rätselslösung ist, ist ein anderes Thema. Ja, wie gesagt, aber das ist eine Möglichkeit, um halt einen Zugang zum Thema zu bekommen. Dafür ist es großartig. Naja, also ich bin ziemlich, ziemlich zuversichtlich, was so die Zukunft, was das angeht, angeht. Aber man muss halt natürlich auch die ganze Sache so ein bisschen ganz ohne Regulierung wird es auch nicht funktionieren, weil sonst kann man die künstliche Intelligenz auch sehr schnell nutzen dafür, um Falschmeldungen zu kreieren oder halt auch zu verbreiten, weil diese Bewertung der Informationen wird halt immer wichtiger. Und das ist eine Schwierigkeit, weil das haben müssen wir Menschen eigentlich alle lernen. Wie bewerten wir denn Informationen? Woran erkennen wir denn, was ist richtig, was ist falsch? Das ist nicht so einfach. Früher hat man sich dann halt einfach auf gewisse Sachen verlassen, die man halt kannte, die einem vertraut waren. Dieses blinde Vertrauen in gewisse Sachen, das funktioniert heute nicht mehr. Neue Technik, neue Herausforderungen, ne? Ach, warte mal. Nein. Oh, bitte sag mir, dass ich den jetzt hier... Jawohl, Gott sei Dank. Uh, okay. Ich hatte gerade schon einen kurzen Augenblick Sorge. Okay. Okay. Aber wir können das hier teilweise ein bisschen verschieben dadurch. Genau. Dann können wir das einfach ersetzen durch eine dreispurige Brücke und dann haben wir das Ganze verschoben und es ist trotzdem parallel geblieben. Ha. Das ist hier nicht ganz so hübsch, aber gut, lassen wir jetzt erstmal so. So, finanziell geht es auch bergauf. Sehr schön. Wie sieht es denn hier in der Schule aus? Ja. Also wie gesagt, ich habe mich heute hauptsächlich darüber gefreut, dass ich das in der Firma verwenden darf. Ach ja, wie so ein kleines Kind habe ich mich darüber gefreut und ich hatte keinen, dem ich es erzählen kann. Weil mein ehemaliger Kollege, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe, der hatte keine Zeit und ich wollte mit ihm darüber quatschen und er hatte aber keine Zeit und das war ärgerlich. Ähm, aber ja, wie so ein kleiner Junge habe ich da gesessen und mich gefreut. Hatte ich schon, hatte ich schon lange nicht mehr so einen Moment, aber, ne, das sind manchmal auch so die kleinen Dinge. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich habe überlegt, ob wir hier unten, das hier unten weiter nutzen und hier vielleicht so einen kleinen Vorort noch draus machen. War jetzt so die Idee, das würde aber bedeuten, dass die hier immer alle durchfahren müssen, außer ich schließe das irgendwann auch hier noch mal über eine Brücke an. Dass wir hier eine zweite Zuführung haben, weil eine Zuführung in die Stadt ist eigentlich sowieso voll Käse. Wir brauchen eigentlich eine weitere und die hier hinten ist keine, keine ernst zu nehmen, keine echte, weil die halt einfach so weit weg ist. Die hat halt einfach ein bisschen zu viel, zu viel Abstand. Ich habe heute früh übrigens auch das Wetter verflucht. Es war bei uns heute minus minus 13 stand heute früh im Auto, als ich losgefahren bin. Erstmal sind bei mir die ganzen Gummis festgefroren gewesen. Das war natürlich schon mal ein Highlight. Die Türen haben geknatscht ohne Ende, weil die Gummis so steif waren und weil letztendlich halt auch, gut, die müssten wahrscheinlich auch mal gefettet werden. Gut, ja, das ist so ein anderes Thema. Aber da hat meine, hat mein Auto sowieso ein bisschen rumgesponnen heute. Also das, das wollte nicht mit den, mit der Temperatur so, war es nicht so, war es nicht so einverstanden. Minus 8, boah, bei uns minus 13, minus 13, ey, boah. Aber auch minus 8 ist alles andere als angenehm. Also da bin ich ja wirklich bereit für den Frühling. Ja. Und da hatte ich heute früh schon Spaß. Da durfte ich erstmal bei der Kälte zur Tankstelle, weil der Reifendruck nämlich zu niedrig war. das war richtig großartig. Ja. Reifendruck, Kontrollanzeige ist angesprungen, hat gesagt, hier, prüfen Sie Ihren Reifendruck. Ich so, das ist jetzt nicht dein Ernst. Weißt du, wie kalt es draußen ist? Und dann mit frierenden Pfoten, mit frierenden Pfoten dann da an dieser Druckluftstation an der Tankstelle rumzualbern, um dann halt dann den Druck in den Reifen nachzufüllen. Wohl wissend, dass das eigentlich bei so niedrigen Temperaturen gar keine so geile Idee ist. Aber ich muss dir sicherstellen, dass ich nicht irgendwo einen Plattfuß habe oder einen schleichenden Plattfuß oder ähnliches und die Reifendruck Kontrollanzeige hat halt die ganze Zeit geleuchtet. Ihr seht, ich hatte Freude. Ich hatte sehr viel Freude heute auf dem Weg zur Arbeit. Es war morgens um halb acht. Ich war schon bedient. Ich war schon absolut bedient. Ja, und bei euch so? Einmal wird es kalt in Deutschland und schon Katastrophe. Mein Zimmer war trotz Heizung kalt. Ja, es war wirklich nicht so schön. Morgen wird es auch nochmal knackig. Zumindest hier bei uns in der Region. Ist nicht so meins, ne? Habe ich schon gesagt, dass das nicht so meins ist? Bin ich sicher. Bin ich sicher. so wie groß machen wir das Ganze? Bis hier wieder? Und schön groß, oder? Wir können es, wir machen es noch größer. So, wir machen den ganzen Stadtteil draus. Der wird, oh, er könnte wirklich sehr, sehr groß werden, ne? Ich überlege gerade, ich glaube, die Straße ist schon jetzt zu klein. Wir machen das mal so. So, eine Straße drumherum quasi. Ich habe es auch vermieden, heute rauszugehen, ne? Ich war heute nur, nur drin irgendwo. Also, Hut ab an alle, die draußen arbeiten müssen. Wirklich, Respekt an euch. Ähm, ich habe an euch gedacht, es tut mir leid, es klingt vielleicht sogar ein bisschen zynisch, das wird gar nicht so gemeint, aber, ähm, krass. Also, die Luft war großartig, es war auch schönes Wetter, die Sonne hat geschienen, es war auch schön, aber, ich habe mich nicht wohlgefühlt. Es ist halt so, naja. War krass an die Leute, die halt draußen, ja, draußen war es eklig kalt. So ist es. So ist es. Sehr, sehr unangenehm. Achai, das habe ich gar nicht gesehen, guck mal. Huch. Aber interessant, da kriege ich eine Idee. Leute, wenn ich das hier sehe, da fällt mir was ein. Wie wäre es, wenn wir irgendwo versuchen, einen Staudamm einzubauen? Ist ja gar keine so schlechte Ecke eigentlich. Vielleicht hier. Später. Ich habe noch nie einen Staudamm gebaut. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert. Und wie das funktioniert, wie da die Mechanik ist. Müssen wir mal ausprobieren. Aber Bock hätte ich schon. So, ich wollte nämlich auch gerne einen Fußgängerbereich machen. Amin Groceries. Für twice the price, es ist twice so nett. Steaks und Seafood für ein guter Preis. Kegs und Pastries in der Blick auf die Damska's Diner wenn man es ist, Damska's Diner ist der einzige. Wenn wir uns das jetzt angucken, jetzt passt das nämlich hier alles so zusammen. Das sieht ganz gut aus. Dann könnten wir nämlich hier in dem Bereich vielleicht eher so die Geschäfts Geschäftsviertel machen. Dann lassen wir die Leute hier draußen wohnen, weil dann wollen die meistens nicht so viele Geschäfte haben. Vielleicht außen so ein paar so ein paar Reihenhäuser noch dazu. Wo die gerade gar keine Wohnhäuser haben wollen. Die wollen arbeiten. Ach. Das Problem ist gerade die Arbeit. Könnten wir aber eigentlich helfen. Ich lasse mich das mal schnell fixen. Wenn das geht. Das ist eine dreispurige Einbahnstraße. Okay. Das ist ein paar запис machen. Dann holer ich mich das mal vorbere Migrate. 12. 14. 15. 15. 16. 18. 19. 20. 21. 21. 22. Anybody... 23. Babies! 24. 26. 23. 25. So, und dann machen wir nämlich hier ein Geschäftsviertel draus. Vielleicht hier drüben schon. Ja. Komm, wir klatschen das jetzt einfach mal hin. Bürogebäude. So, ihr wollt Bürogebäude? Da habt ihr. Hier wären noch Geschäftsgebäude. Interessant, okay. Kommt ihr. Dann gibt es hier aber auch den nächsten Marktplatz. Maximaler Preis für maximale Gewinne. Okay, nice. Ich glaube, das Konzept hier übernehme ich. Ich habe noch keine Ahnung, wie wir hier den Personen- und Nahverkehr reinbekommen wollen. Den öffentlichen Personen- und Nahverkehr, so. Habe ich noch keinen Plan. Das muss man mal sehen. Fußgängerbereich hätte ich hier gerne noch mehr. Okay. Ich glaube, ich mache eine Straße, vielleicht sogar die, nochmal ein bisschen größer. Als Zufahrt. Und da setzen wir dann auch gleich noch eine Schule mit hin. Ja, weil Schulen müssen wir gleich von Anfang an mit einplanen. Das geht zu uns in die Hose. Okay. So, und dann würde ich wahrscheinlich sogar hier einen neuen Bezirk einzeichnen. Und dann würde ich noch mal sehen. So Haben wir das Und eine Oberschule Oder eine höhere Schule Haben wir da schon eine, sehr gut Die müsste wahrscheinlich auch erstmal noch ausreichen Jaja, alles gut Da ist mir jetzt genug Platz, wunderbar Dann machen wir nämlich das gleiche nochmal Mit der Krankenversorgung Hallo Johnny Guten Abend und frohes neues Jahr Das wünsche ich dir auch, mein Lieber Ich grüße dich So Das klatschen wir jetzt hier alles mit ran Ich würde hier sogar noch eine kleine Polizeistation mit dazu bauen Alles hier zentral Ja So Einmal Infrastruktur in der Stadt Oder in dem Stadtteil sozusagen Du sitzt gerade in einem virtuellen Warteraum Das ist ja auch spannend Wie kann man sich das vorstellen, Sora? Jetzt müsste ich auch mal wieder spielen Habe es nur die Woche nach Release gespielt Das ist Performance besser geworden Kann ich noch nicht so richtig einschätzen Sag ich dir ganz ehrlich Fällt mir noch schwer Das jetzt zu beurteilen, Johnny Aber die Stadt ist sowieso noch sehr klein Ähm Und Ähm Mein alter Spielstand ist auf jeden Fall RIP Ja, den konnte ich nicht mehr wiederbeleben Egal was da gekommen ist Irgendwie der ist halt einfach Der ist halt für einen Eimer Da muss ich mich von verabschieden Leider, leider, leider Den kriege ich auch irgendwie nicht mehr Den kriege ich nie wieder zurück Sag ich so wie es ist Ähm Das Das Thema ist durch Von daher Der ist ja auch wegen Ich Ja Spielperformance Nicht mehr spielbar Ähm Gibt es natürlich noch auf YouTube zu sehen Ne, da kann man sich ja dann noch anschauen Was so das Problem dabei eigentlich ist Ähm Und das haben jetzt aber schon mehrere drunter geschrieben Das Das ist das halt so ein Ähm Dass sie das Problem halt auch haben Also scheint Scheint etwas zu sein Aber es ist wohl auch nicht so groß Dass da jetzt großartig viel investiert wird Um das zu lösen Ach Keine Ahnung Also Wie krass ist denn dieser Unterschied hier bitte Heftig Ja Naja Deswegen Neuer Spielstand Ist ja auch okay Wollte ich ja sowieso Nach einer Zeit mal machen Und Das was ich halt ja auch selber falsch gemacht habe Halt so ein bisschen korrigieren Und jetzt haben wir neu angefangen Letzte Woche Ne Genau Ja Ja Ich denke auch Also Das Ähm Ich denke der Das ganze Release Hat nicht so hingehauen Wie sie sich das erwünscht Oder erhofft haben Ähm Es sah auch so ein bisschen so aus Als wäre es alles ein bisschen überstürzt Ne Also Ich meine das Spiel läuft Aber Das Die Anfangsphase war schon Äußerst holprig Um es mal Vorsichtig zu sagen Ne Da ist halt ein VR Chat Welt Wie The Waiting Room heißt Okay Was kann man da machen In dem virtuellen Warteraum Ich dachte jetzt so Du hast so einen virtuellen Raum Wo Beim Arzt oder sowas Wo du dann Auf so eine Videosprechstunde wartest Daran musste ich jetzt irgendwie Gerade denken Und das können wir natürlich Hier auch mal machen So eine Steilküste Und das können wir natürlich Wenn's die ja eigentlich ein halbes Jahr Zeit mehr nicht so richtig was man da tun kann außer warten mit den Bildern interagieren ja okay ist ja auch was ist ja auch was Johnny wenn du ein kleines bisschen Geduld hast ich glaube ich baue hier gerade so eine kleine Community Ecke auf wenn hier jetzt Leute einziehen könnte ich mir das eigentlich ganz nett vorstellen und dann würde ich dir hier auch ein Häuschen anbieten was hältst du denn davon ja es wird immer dunkler du sitzt in einem Warteraum der immer dunkler wird das ist ja das ist auch spooky auf jeden Fall guck mal hier hier ziehen doch schon die ersten Leute fleißig ein ich glaube das ist eine eine ganz nette eine ganz nette Gegend ja man hat auf jeden Fall einen schönen einen schönen Blick oh es brennt die Schule brennt nicht ganz warum kriege ich so eine so eine Popup Nachricht eigentlich nicht warum wird hier eigentlich schon wieder die Schule angesteckt Spaß niemand hat die Schule angesteckt hurra hurra die Schule brennt Fehlalarm Fehlalarm ist das schon circa 30 Minuten es scheint ja spannend zu sein Zora weiss jetzt auch nicht aber hey achso warte ich mal UI wäre nice so die bauen das jetzt hier auf das kann nur noch kann nur noch sich um Stunden handeln das passt so hier wird es immer voller das sieht nett aus ach guck mal jetzt bauen die hier sogar auf cool möchte wissen was passiert hier auf Missing Out kickt rein im Wartezimmer verstehe ich so zwei Stunden spät das Ding ist irgendwann kommst du ja in so einen Loop rein wo du dir dann so denkst so naja jetzt sitze ich hier schon so lange drin wenn jetzt in den nächsten wenn jetzt was passiert nach nach fünf Minuten länger und ich bin aber früh zu früh gegangen und hab's dann verpasst ist natürlich auch doof verdammt ein Teufelskreis bitte bitter schon bitter so hier waren wir gewesen so mein Problem ist aber tatsächlich Arbeitsplätze wir sehen es halt auch die wollen gar keine Wohnungen haben das ist nicht das Problem das Problem sind die Arbeitsplätze das heißt wir müssen uns neben dem neben dem neuen Wohnviertel auch mit einem ganz anderen Thema befassen und zwar dem hier Arbeitsplätze wir brauchen Industrie wir brauchen Industrie und das ist hier eigentlich so ein Thema ja hier hätte der Typ der das hier entworfen hat ruhig mal ein bisschen weiterdenken können ein bisschen größer planen können okay so dann machen wir hier eine Auffahrt so ja da kommt das Müllauto schon mal schon mal nicht schlecht jetzt wieder heller und ein Fenster ist Star oha bist du da allein in dem Warteraum oder sind da noch andere Menschen also siehst du andere Menschen oder andere Charaktere ich weiß gar nicht muss ja nicht mal Mensch sein oder vielleicht ein NPC oder jemand der sich verhält wie ein NPC du hast jemand dabei okay also ist für Unterhaltung gesorgt ist ja auch nicht schlecht warte mal was ist denn das für ein Geräusch ah ja warum kriege ich hier schon wieder nicht mit wenn was passiert und warum ist hier ein Haus abgebrannt was ist hier los ja ich dachte mir was windet denn hier so geh weg okay du gehst weg sehr gut nein komm nicht zurück geh weg genau schon der zweite Tornado ne war ja letztens erst einen gehabt aber solange der nicht bei mir wütet ist alles in Ordnung aber apropos Sora wie geht's denn eigentlich Sora Sora ist glücklich geht nach Hause und Sora ist reich alles klar hab mit was interagiert und es ist was seltsames passiert das klingt auf jeden Fall schon seltsam jetzt lass mal gucken wo Johnny hier einziehen kann guck mal hier das ist doch was oder hier ins Landhaus wer wohnt denn da Doris und Stefan komm dann nehmen wir das jetzt hier Johnny darf ich ein Haus mit Pool haben okay ähm es gibt glaube ich noch kein Haus mit Pool weil die Häuser Stufe 1 sind Stufe 1 hat glaube ich kein Pool oder soll das ein Pool sein keine Ahnung ah ja hier ist er okay da läuft Johnny Johnny wohnt sind die Runde gar keine Pools ich guck gleich nochmal warte mal ähm du hast auf jeden Fall ein Gartenhäuschen und mehrere Gartenhäuschen sieht eigentlich ganz nett aus ach so das könnte ein Whirlpool sein oder Trampolin ich weiß es nicht was macht der ist untätig ja du hast Solar ja und eine Satellitenschüssel sieht sogar fast aus wie so ein Ferienhäuschen warte mal ich muss dich mal noch hier zu meiner Liste hinzufügen ähm du bist glücklich ausgebildet ich bin Angestellter bei Laurys Lentils und du bist reich GZ wir nennen das hier mal noch wenn du noch Glasfaser hast bist du glücklich ich glaube sogar dass die Internetabdeckung im ganzen im ganzen Örtchen sehr sehr gut ist können gleich mal gucken aber scheinst nicht unzufrieden Doris Samuel und Barbara naja Doris ist angekommen du wohnst mit Doris zusammen und sie ist Schülerin und Abteilungsleiterin und ihr Arbeitgeber ist 26 9 ok verkauft fertig Nahrung ja gut neben der Schule ich verstehe ich verstehe so Johnny ist auch eingezogen haben wir das wo sind wir stellen geblieben hier bei der Industrie wir wollten hier ein Industrieviertel etablieren ähm genau das machen wir jetzt mal relativ stupide weil ich nämlich auch noch nicht so genau weiß wie wir das wie wir das lösen wollen mal sehen ich wollte schon immer am Broadway wohnen das kriegen wir hin das kriegen wir hin so was machen wir jetzt hier mit ich glaube wir machen das doch nochmal ein bisschen anders wenn ich so drüber nachdenke geht gleich los ich mache nur ich fühle nur noch den einen Gedanken hier zu Ende so dann haben wir die Einfahrt das könnte später noch ein Problem werden hier ähm mal gucken mal sehen ich will nämlich hier die Industrie erstmal sich ansiedeln lassen genau mehr Arbeitsplätze ihr habt kein Wasser stimmt ihr habt kein Wasser ihr habt nur Strom da habt ihr vollkommen recht ihr habt bisher nur Strom Abonnato abonni 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 So, jetzt aber? Jetzt geht's. Okay, nice. So, Arbeitsplätze sind geschaffen. So, das ist hier die Weitenstraße. Hat sich, glaube ich, gerade nochmal umbenannt, das Ding, oder? Hieß das nicht eben noch anders? Ah, nee. Ich hab mich vertan. Anderer Bereich. Landhausstraße. Oh, das ganze Ding können wir umbenennen. Krass. Wow, das hab ich noch gar nicht gemacht. Verkehrsaufkommen, Verkehrsfluss, Zustand, Länge, Unterhaltungskosten, 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 Unterhaltskosten, so. Ah, das ist natürlich nett. Ah, jo, da sehen wir auch, okay, das ist eine Ansicht, die habe ich bisher noch nicht so wahrgenommen. Aber hier sehen wir dann über die Uhrzeit hinweg, wann die besonders viel Verkehr haben. Gar nicht mal morgens, sondern erst so abends rum. Sehr, sehr spannend. Naja, das wird mit der Industrie hier auch zusammenhängen, ne? Genau, die haben hier zu 18 Uhr immer einen Peak. Hier auch. Ja, krass. Wie sieht's hier aus? Auch so. Alles hier sind, alles ist auf den Beinen zum Feierabend, ich sehe schon. Broadway 54. Freizeit ist noch so ein Ding, ne? Wir haben noch nichts zum Thema, zum Thema Freizeit gemacht. Why, hello, Janet. Hi, Stanley. Isn't this a lovely place to shop? It sure is. Common Groceries. For twice the price. It's twice as nice. Oh, we love the cheap and random flea market. We came here with the grandkids and we'll stay... Cheap and random. Oh, sure, I've been here before. Matter of fact, I was here last Tuesday. Cheap and random. Toaster works fine. Okay, cool. Cheap and random. What is that thing? What is that thing? Bei Johnny sind alle glücklich zu Hause. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir das Thema Freizeit und Erholung. Hier, glaube ich, auch erst mal erschlagen. Gucken wir mal allgemein. Abfallwirtschaft. Äh, läuft. Sieht zumindest so aus. Feuer. 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 Ja. Ja. Passt. Katastrophenschutz. Okay, da müssen wir nachrüsten. Das ist in Ordnung. Polizei. Passt. Verwaltung haben wir noch gar nichts. Ich glaube, ich habe es auch noch nicht freigeschaltet. Ähm, Thema Sozialämter und so. Ich wüsste gerade nicht mehr, wo es ist. Parkpflege. Postsortier. Server. Communication. Sozialamt hier. Nee, haben wir noch nicht. Ja, ist, glaube ich, so ein Thema. Wenn die nämlich anfangen, hier die Mieten sind zu hoch. Dann brauchen die günstige Alternativen. Aber wir, wir lassen uns schon, ich lasse mich schon wieder ablenken. Die Industrie muss wachsen. Wir brauchen mehr Arbeitsplätze. So, wie sagt man? Stumpf ist Trumpf, ne? Schau an. Und schon haben die keinen Bedarf mehr hier nach Arbeitsplätzen. Sehr interessant. Wenn wir das jetzt hier noch ein bisschen weiterführen, dann können wir hier sogar noch über eine weitere Autobahnauffahrt nachdenken. Ja. Oder sogar hier hinten sehe ich gerade. Wenn wir das jetzt hier verlängern. Ich sag jetzt nicht, dass es hier zu tief ist. Ah, so ein Käse. Schade, aber auch. Guck mal, hier geht es ein bisschen runter und dann wieder hoch, ne? Ich glaube, ich reiße das hier nochmal ab. Das wurmt mich ja schon so ein bisschen. Und dann wieder auf. Und dann wird das nicht eles. Das wirklich. Und dann haben wir das mal so. Ich glaube, so ist okay. Leichte Erhöhung? Sora immer noch in ihrem virtuellen Wartezimmer. Lass uns ruhig teilhaben, Sora. Was ist passiert? Kam noch jemand dazu? Ging das Fenster auf? Lässt sich das öffnen? So kriegen wir es hin. Es gab einen Jumpscare. Ein Drecksgame. Ein gackiges Meme. Achso, ich habe gelesen. Ein Drecksgame. Es gab einen Jumpscare. Drecksgame. Ein gackiges Meme. Seht ihr? Ich habe nicht richtig gelesen. Aber auch schön. Auch schön. Herrlich. Ich war ein Junge. Okay. Ja. Oh nein. Mal auch Happily. Essa war sehr gut. Ich war Believe. So, ich baue mal hin. Ja, gefällt mir gut. Ich habe mir nämlich überlegt, ich könnte ja hinten einfach dann einen Parkplatz hinklatschen, so einen großen. Und ich meine mich zu erinnern, dass die auch Parkanlagen haben wollten. Also Freizeit. So, und dann könnte man nämlich hier hinten auch nochmal eine Feuerwehr hinstellen. Und vielleicht auch nochmal eine Polizei. Und Katastrophenschutz wollen wir hier auch noch machen. So, und was ist hier mit Briefkästen? Genau, und ein Funkmast. Schön. Wo wir gerade dabei von Industrie sprechen. Wie sieht es denn hier mit Strom aus? Wir machen ja hier viel über Geothermie. Was macht denn der Wind hier? Überlappung. Boah, ist das übel. 1,5 MW. 1,7. Naja. 1,8. 1,9. Ist das traurig? Windgeschwindigkeit ist zu gering. Aber wenn es danach geht, ist es ja überall zu gering. Oje. Hier immerhin 2 MW. Alles zu gering. Ja, das ist halt hier heute so ein Thema bei dieser Map. Irgendwie Effizienz. Geringe Windgeschwindigkeit. Kickt einfach voll rein, ne? Übel. Aber gut. So, Zeit für Wohngebäude-Expansion. Let's go. Zack. Alle mal einziehen. Bockmusiker anwesend. Ah, cool. Ich erinnere mich. Ja, wollen wir. Äh, hier. Sondergebäude. Wohlbefinden im Umkreis. 200 Meter. Ja. Möchte ich. Möchte ich gern. Dann hier. Cool. Es wäre vielleicht besser, wenn wir das hier zentraler hinsetzen, ne? Hm. So. Zack. Wohnt. Was? Was? Musik? Ja, ein Rockmusiker. Ein Rockmusiker-Anwesen haben wir jetzt hier. Hm. Gib mir einen Job. So ein kleiner Traum war immer Musical-Darsteller. Johnny. Musical? Jetzt muss ich mal gucken, ob wir schon irgendwas in diese Richtung haben. Irgendwas Unterhaltungs... Thema... So. Gucken, wie wir das überhaupt machen können. Vielleicht habe ich doch zu viel versprochen. Job meiner Wahl. Wir könnten... Wir könnten einfach sagen... Warte mal, wo ist ein Johnny? Johnny arbeitet bei... Du machst gerade Nahrung. Du bist hier so fleißig bei der Lebensmittelindustrie unterwegs. Warte mal, wir können dir aber halt natürlich irgendwie was zuschreiben. Ich kann dir, glaube ich, aber nicht vorschreiben, wo du arbeitest. Das funktioniert nicht. Ne, das kann ich nur so mitnehmen. Kann man eigentlich Berufe... Ich bin gerade am überlegen, ob ich Berufe ändern kann. Kann dir halt... Ähm... Kann halt eine Sache umbenennen nach dir. Aber kann ich dir... Kann ich dir Jobs geben? Weiß ich gar nicht genau. Angestellten... Oh, das kann ich ja gar nicht. Voll doof. Oh Gott, ich habe zu viel versprochen. Ähm... Wir können das Ding aber... Wir können aber das Ding hier gerne nach Johnny benennen. Pass auf. Aber ich kann dir halt... Ich kann dir leider nicht direkt, ähm... Den Job deiner Wahl geben. Aber ich kann... Das nach dir benennen. Dass das hier dein Unternehmen ist. Ich meine... Das läuft ziemlich gut offensichtlich. Das ist schon fast komplett ausgebaut. Aber da steht leider... Lauri's Lentis. Aber es ist Johnny's Lentis. Ändert die Schriftzüge. Rebranding. Was ist hier los? Ah, voll schade. Ich dachte, das geht, Johnny. Sorry. Muss ich das vielleicht auch nochmal... Bei den Kanalpunkten... Anpassen? Äh... Dann nenne ich das, glaube ich, anders. Denn nicht den Job, sondern... Ähm... Warte mal. Ich nenne das anders. Warte mal. Das ist ein... Passendes Gebäude bekommt den Namen deiner Wahl. Also ich kann dir... Genau. Ich kann dir nicht zuordnen, wo du arbeitest. Aber ich kann ein Gebäude... Oder ein... Ein Konzerthaus in dem Moment nach dir benennen. Das könnten wir machen. Aber dafür müsste ich... Dafür müsste ich ein Theater haben. Oh. Ich weiß gar nicht, ob es das gibt. Ist das ein Gewerbe? Squash Center. Diesen Modezentrum. Wunderschönes Gebäude im alten Stil. Digital. Ist das ein Einkaufszentrum? Ja. Ähm... Also wir haben ein bisschen Spielstand... Verloren. Die an... Sie... Okay. Willkommen zurück. Also wir haben ein bisschen was... Eingebüßt. Ärgerlicherweise. Äh... Unter anderem... Johnnys Anwesen. Das heißt... Und unseren Freund Johnny... Haben wir gerade auch nicht mehr. Das heißt... Johnny muss erstmal wieder... Erstmal wieder einziehen. Ah, ist das ärgerlich. Warum ist denn das Spiel mittendrin... So komplett random abgestürzt? Ist das belastend? Und ich muss mal gucken, was den Autosave angeht. Äh... Autosave-Intervall 10 Minuten. WTF. Wir haben angeblich nur 10 Minuten verloren, aber... Es fühlt sich an, als hätten wir eine halbe Stunde verloren. Ähm... Warte mal. Ich kann höchstens nochmal probieren, einen anderen Spielstand zu laden. Um 21.22 Uhr. Aber das ist der, oder? Nee, ist nicht der. Moment. Okay. Johnny lebt wieder. Ja. Ähm... Willkommen zurück. Ich hab keine Ahnung, was passiert ist. Ich weiß nicht, was los ist. Es kam so... Mir nichts, dir nichts. Ohne Fehlermeldung. Ohne alles. Ähm... Wir können höchstens nochmal gucken, dass wir für Johnny vielleicht doch nochmal eine Unterhaltung... Aber ich glaub, Unterhaltung hab ich hier noch gar nicht irgendwo. Ähm... Wir... Genau, wir hatten nämlich gerade geguckt, aber ich glaube so... Medienhäuser oder Unterhaltungsmedien oder sowas gibt's... Gibt's das überhaupt? Was wäre das vor allem? Also so gerade dieses Künstlerische, wäre das irgendwas Bürotechnisches? Nee, Büros sind halt hier hauptsächlich Software, ne? Finanzdienstleistung. Medien. Ja, okay. Produziert Medien. Also ja, da muss ich nochmal... Da muss ich nochmal ran, Johnny, mit den Belohnungen. Also die muss ich umbenennen, auf jeden Fall. Äh, da wär dann eher so nicht den Job deiner Wahl, sondern... Die... Ja, auch den Arbeitsplatz deiner Wahl ist nicht ganz richtig, ne? Sondern wie sagt man denn eher? Was wäre denn sinnvoll? Also Beschreibung passt. Genau. Ein Unter... Gib mir ein Unternehmen. Ähm... Oder so. Warte mal. Und... Genau. Das wäre... Das ist passender. Bezirk kann ich machen. Haus einziehen. Straße. Unternehmen. Ja, doch so. Das macht... Das macht mehr Sinn. Genau. Das ist natürlich die Frage. Papier, Chemikalien, Fahrzeuge. Okay. Kunststoff. Chemie. Medizin. Kunststoff. Moment. Vielleicht kann ich es über die Produktion sehen. Warte mal. Immaterielle Waren. Ähm... Sehe ich hier, welche Unternehmen das machen? Hier, guck mal. Hier haben wir was. Unterhaltung. Es gibt Unterhaltungsunternehmen. Produzieren Unterhaltung. Aber die Frage ist, wo? Oder... Thema Dienstleistung. Ne, da brauchen wir nicht gucken. Aber die Produktion von Unterhaltung. Immaterielle Waren. Aber wie sehe ich das? Einzelhandel. Hier, blau. Schaut mal. Blau. Es ist aber nicht viel. Aber es muss ein blaues Gebäude sein. Jetzt, jetzt... Ich hab'n... Ich hab'n Weg. Ich hab'n Weg. Die Frage ist... Welches? Getränke Unterhaltung. Hier, gefunden. Es ist ne Bar. Aber das ist die einzige Unterhaltung, glaub' ich. Die ich jetzt gefunden hab'. Verkauft Unterhaltung. Ist auch... Ist auch wild, irgendwie. Okay. Noch ne Bar. Möbel, Elektronik, Textilien. Also das kommt noch so... Ich sag' mal so, Johnny. Wenn du dort auf der Bühne performst. In deiner Bar. Hier. Dann, äh... Bist du schon fast auf deiner Musicalbühne. Oder? Wie wär' das? Sieht aber eher aus wie so'n... Wie so'ne Kaschemme, ne? Hier. Hier, guck mal. Das, äh... Das ist es doch. Äh, fühl' ich. Fühl' ich. Das ist das nicht... Hey, das sieht aus... Das sieht aus wie so'n... Wie so'ne... Wie so'ne... Wie so'ne Glücksspiel-Hölle. So sieht das aus. Oha. So. Sieht aus wie so'ne Glücksspiel-Hölle. Wie nennen wir's? Johnny's Egg? Ja, komm. Es wohnen sogar... Es wohnen sogar Haustiere bei dir. Also du hast... Über dir natürlich noch ein Wohngebäude. Ja. Hier über deiner... Über deiner Kneipe. Ist es schon... Katzen? Äh, ich... Bin ich sicher. Hm... Ich glaube, das sind meistens Hunde. Aber ich... Keine Ahnung. Zwölf Haustiere. I don't know. So, haben wir das auch geklärt. Alles klar. Ja, schön. Oder? So. Ach, was soll der Geiz? Ach, jetzt will er's aber wissen. Ähm. Hau mal... Hau mal raus, Johnny. Wie soll denn das... Wie soll denn das Ding... Wie soll denn das Ding heißen? Ich meine, wir haben ein paar Bezirke. Ja, wir haben hier den... Willst du eher deinen Wohnbezirk umbenennen? Aber wie soll er denn... Wie soll er denn heißen? Eigentlich. Wir haben... Ähm... Deinen... Arbeitsbezirk... Und... Den... Dein... Den Wohnbezirk. Der wird aber erst größer. Ja, also das... Das kommt erst noch. Das... Das wächst erst. Wo sind 15.000... Vielleicht ganz schön viel auch, ne? Aber gut. Haben wir das Musical-Anwesen jetzt eigentlich immer noch? Ne, haben wir noch nicht freigeschaltet. Kommt noch. Dem Mond. Da ist das Anwesen. Ähm... Duptiduptidu. Das hatten wir hier platziert. Genau. Ähm... Ach, warum nicht? Was soll's? Wieso denn nicht? Dann würde ich aber sogar fast... Eigentlich finde ich die Idee gar nicht so schlecht, die Bezirke nach... Nach Himmelskörpern zu benennen. Finde ich eigentlich ganz cool. Den Gedanken lasse ich mal ein bisschen wachsen. Mal sehen. Achso, hier waren wir gewesen. Genau, das... Das fehlte hier auch noch. Das sehe ich gerade. Wenn man so eine schnelle U-Bahn gibt, dann gibt's fünf Sekunden so was. Hm. Vielleicht. Vielleicht eine Idee. Ja. Warte mal, ich wollte hier einen Parkplatz machen, ne? Genau. Also eine U-Bahn wird's auf jeden Fall irgendwann geben. Jetzt noch nicht. Weil die noch nicht freigeschaltet ist. Aber... Auf jeden Fall eine Idee. Und Polizei hatte ich hier auch noch. Genau. Und wir hatten hier noch... Das Ding. Und... Telekommunikation. Genau, wir hatten noch einen Briefkasten. Und... Telekommunikation. So sieht's aus. Genau, ich habe mich darüber geärgert, dass es hier kein... Kein, ähm... Keinen vernünftigen Wind gibt. Richtig. So, wisst ihr, was wir jetzt einmal machen? Einmal speichern. Fortsetzen. Fortsetzen. Genau. Und dann bauen wir jetzt hier nochmal eine Autobahnauffahrt. Wie haben wir das gemacht? Das letzte Mal. Wir hatten hier einen Teil... ...verbreitert. An der Stelle und an der Stelle. Glaub ich war das. Und dann auch noch hier und hier. Hier. Mein Gott. Ruf damit Spiel. Ah, nee das gefällt mir noch nicht. So. Ja. Ja, dann machen wir nämlich hier die Auffahrt und die Abfahrt gleich mit dazu. Zack. So, schön. Genau, dann können die Trucks nämlich hier direkt durchmarschieren, wenn sie wollen. Und hier machen wir jetzt noch Industrie dazu. So, schön. Untertitelung des ZDF, 2020 Cool Eieieiei, was ist hier passiert? Gekracht Ich glaube, hier löst sich gerade ein Unfall auf Unsere musikalische Leidung Heute machen wir eine musikalische Tour von Italien Land von Kunst und Kultur Que bon, wie sie sagen So, wie sieht's denn jetzt hier aus? Noch gar kein Bezirk zugeordnet? Doch Ja doch, steht da Ich hab's nicht gelesen So, das ist auch beliebt Ähm Ah, ich wollte hier noch ein Geschäfts Geschäftsviertel irgendwie bauen, ne? Ja, ja, ja Moment Parkplatz Ah, ist immer das gleiche Dilemma mit dem Parkplatz halt, ne? Ich habe es nicht gelesen, aber ohne Ah, weiß ich nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht machen wir doch erstmal nur Fußgänger... Fußgängerbereiche wieder. Ach hei, was hat er denn da gemacht? Das war ja wohl nix. So, vielleicht? So, vielleicht? Wenn es danach geht, dann könnten wir nämlich von hier aus nochmal eine zweispurige Straße durchführen. Hier vielleicht? Ich habe keine Ahnung, ob sich das später auszahlt oder nicht. Oder ob wir das später nochmal komplett alles upgraden müssen. Ich baue jetzt einfach wirklich frei Schnauze, weil ich Bock drauf habe. Und nicht, weil ich hier irgendwie glaube, dass das ein perfektes Konzept ist oder ähnliches. Ich habe keine Ahnung, ob das perfekte Konzepte sind. Wahrscheinlich wäre das perfekte Konzept eine Art Rasterbau. Also alles rechtwinklig, geradlinig, langweilig. Man könnte mir vorstellen, dass das eine recht effektive Geschichte wäre. Ja. Vielleicht finde ich es langweilig. Ja, finde ich auch. Also ich meine, manchmal mache ich es halt, damit ich ein paar Gebäude hinbekomme. Aber ich versuche das eigentlich auch gerne mal ein bisschen aufzubrechen. Oh mein Gott, das passt hier hin. Wie geil. Das passt hier hin. Ich glaube, ich will den hier haben. Den großen Parkplatz. Und dann glaube ich, will ich auch die Geschäftsgebäude hier so. Und dann will ich glaube ich noch hier. Einen weiteren Fußweg. Genau. Und dann machen wir nämlich hier auch noch Geschäftsgebäude. So. Und dann eine kleine Gasse. Und hier machen wir den Park. Und dann machen wir also noch hier. Und dann machen wir den Park. Und dann machen wir den Park. Und dann kommen wir aus dem Park. Dann, ich kann-zu soen-。 Und dann geben wir den Park- und den Park. Und dann geben wir den Park. Und dann mal температуOUR geht. Und dann kommen wir däixed. Und dann gehen wir die Park. Und dann werden sie zu der Park-Usteson. Und dann nehmen wir ihn an. Und dann sehen wir sie mal vielleicht. und hier kommt ein bisschen Freizeit noch mit hin weil ich weiß, die wollen das auch kleiner Platz hier mit hin Runde Platz so mitten rein ins Geschäftsgebäude mitten rein ins Geschäftsgebäude ja mit den organischen Städten wie gesagt, das Spiel favorisiert eigentlich die organischen Städte nicht ganz so was schade ist, aber naja okay, die sind schon voll, die sind schon voll okay, Katastrophe okay, so fange ich doch an wieder große Parkplätze zu bauen was ist mit dem unterirdischen Parkhaus können wir das eigentlich schon das wäre noch so eine Maßnahme ich glaube hier am Rand werde ich doch noch eine Reihenhaussiedlung platzieren hier vielleicht ist doch nicht so einfach Leute bleibt wild aber ist okay einfach alles ausprobieren Industrie haben wir hier drüben die würde wahrscheinlich hier an der Stelle auch weiter gehen oder wir machen das ganze Feld hier voll aber so richtig ich glaube hier so einen richtigen Gewerbebedarf gibt es halt hier auch noch nicht hier könnten wir halt noch hinsetzen grün heißt ja eigentlich großer Bedarf also ich meine es macht ja auch irgendwo Sinn da wo viele Leute wohnen ist natürlich auch ein entsprechender Bedarf an Einkaufsmöglichkeiten das malen wir jetzt hier aus das malen wir aus und das so da könnt ihr jetzt alle erstmal bauen da seid ihr alle erstmal sehr beschäftigt mit und zeig mal was ist in die Produktion das ist halt so das verstehe ich halt nicht also sage ich so wie es ist ich meine ich verstehe dass ich halt hier zu wenig produziere dass ich vor allem zu wenig Getreide produziere das also das verstehe ich schon was ich halt nicht so ganz verstehen kann ist halt das Thema warum ist der Bedarf nach Getreide dann einfach so hoch kann ich das beeinflussen also ich meine der Bedarf ist ja offensichtlich nach anderen Dingen auch sehr hoch hier zum Beispiel nach Gemüse aber wenn ich Gemüse bauen möchte brauche ich dazu fruchtbares Land und jetzt beginnt das Problem fruchtbares Land hätte ich hier oh wait vielleicht ist das Problem gar nicht so groß hm was da heransetze 16,4 Tonnen pro Monat 18 Tonnen warum sagt er jetzt 18 Tonnen warum verändert sich das mein liebter Professor Hornbuckle sagt er ah verstehe ich noch nicht so ganz ok modesty demands that I prevaricate against the title I am but a humble devotee of the form and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts though I do thank you for the honor but I digest to continue Professor Hornbuckle as a traveler industry in the region is on the rise and when business is doing well that floats our boat there's no sinking this boat Glenda local stargazers are in for a real treat tonight as the aurora borealis is expected to light up the night sky that's right Jim don't forget to look up this evening it promises to be quite a sight okay eigentlich wollte ich ja hier industrie machen jetzt machen wir landwirtschaft na gut okay wollen wir mal sehen wollen wir mal sehen was jetzt hier hinkriegen bin gespannt nutztiere habe ich schon wieder mist gebaut warum ach nee sollte keine nutztiere produzieren gemüse noch mal mit Das war's für heute. 300 Tonnen Gemüse, okay. Ja, okay, komm. Wir machen das jetzt erstmal so. Und gucken, was passiert. 313 Tonnen. Und was haben wir an Bedarf? 129. What? Das ist doch eine Anzeigefehler. Ja, ich wollte schon sagen. Wie viel Stein wir vor allem auch produzieren, ne? Crazy. Ist das so effektiv hier mit dem Stein, ja? Na gut, das arbeiten halt auch viele Leute hier. Krass. Okay. Das ist mein einziges Getreide, was ich hab. Lass mal nochmal auf die Karte gucken, wo noch was wäre. Natürliche Ressourcen hier drüben, hier unten. Na, wir könnten halt hier drüben noch einen Bereich machen. Der würde dann wahrscheinlich von hier angesteuert werden. Da müsste ich noch eine Abfahrt machen, ne? Und wir machen 10.000 plus? Warte mal. Ich hab 13.000? Ne, ich hab 13 Millionen. Never mind. Wie machen wir denn so viel Cash gerade? What? Womit verdiene ich denn so viel Geld? Steuern? Dienstleistung? Liegt nur an deinem Business. Ich fürchte auch, Johnny. Ich fürchte auch. Irgendwas... Irgendwas funktioniert hier gerade ziemlich gut. Und ich verstehe nicht, was. Ich hab keine Ahnung. Äh, okay. Jo. Ja, nun. Also Medien. Sagen wir mal. Aber wir haben noch ein ordentliches Defizit hier an Treibstoff, ne? Ist auch wild. Wo kommt denn das her? Mineralien. What? Wir importieren Mineralien. Machen denn was draus und produzieren Überschuss? I don't get it. Na gut. Sollen sie machen? Sollen sie machen? Am Ende steht ein Plus. I like. So, wie sieht's denn hier aus? Guck mal. Hübsch. Hübschi. Hübschi. Hübsch. Städtchen wächst. Zwölf Leute in der Schule. Auch schön. Ähm. Business floriert. Parken ist zu günstig. Können wir ändern. So. Hier sind die Leute auch eingezogen. Boah. Das sieht natürlich... Ist halt Reihenhäuser, ne? Ist so... Die wohnen hier richtig schön am... Am Auslass. Naja. Wir können... Ne, ich mach das nicht. Ist okay. Was ist denn hier mit Johnny? Johnny ist zufrieden. Wohlhabend. Läuft doch. Johnny selbst... Ist Schüler und Abteilungsleiter. Hier oben. Er schläft gerade. Alles gut. Pflege. Oh ja. Warte mal. Parkpflege. Haben wir, glaube ich, auch noch nichts gebaut. Ne, kann ich auch noch nicht. Hallo Ostpreuße. Ich grüße dich. Im Klassenzimmer des Business ausbauen. So sieht's gerade aus. Ja. So sieht's gerade aus. Und noch ist das mit der Schule hier tatsächlich alles recht chillig, ne? Oh, wir haben einen Verkehrsunfall oder Stau? Wo wollen die denn alle hin? Ach so, die wollen hier alle rum. Sie könnten ja auch hier langfahren, ne? Aber gut. Ja. Schön. Leute, habt ihr gesehen? Ich hab diese Woche, ähm, den Streamplan ein bisschen angepasst. Im Vergleich zu, ähm, zu sonst. Oh, ihr habt die Hälfte der Herausforderung schon abgeschlossen. GZ? GZ? Muss ich ja aber, muss ich mir ja bald Gedanken machen wegen dem World of Warships Streamen oder was? Oder wie oder was? Ähm. Ähm, müssen wir bald mal gucken, ne? Wann wir das, wann wir das machen wollen. Ähm, aber ja. Wir, ich hab mir ja ein neues Konzept überlegt. Beziehungsweise, was heißt ein neues Konzept? Ist das jetzt eigentlich auch gar nicht so dramatisch oder so gigantisch? Aber ich dachte mir, wir probieren mal ein bisschen was aus. Ich hab nämlich noch ein paar Spiele bei mir gefunden, die ich noch nicht ausprobiert hab. Also die ich mal, ähm, irgendwie bekommen habe, gefunden habe. Ähm, aber die ich selber noch nicht gespielt hab. Und ich dachte mir so, ähm, und auch Spiele, die ich noch nicht im Stream gespielt hab, wo ich aber mal wieder Lust drauf hätte, die mal ein bisschen intensiver zu spielen. Und damit fangen wir diese Woche auch an. Und zwar SnowRunner. Ich hab vor Jahren sehr viel SnowRunner gespielt. Und ich hab irgendwie Lust, mal wieder mit SnowRunner anzufangen oder einen neuen Spielstand anzufangen. Und auch zu gucken, was sich so nach den ganzen Jahren verändert hat. Ähm. Und ich hatte letztens schon mal mit einem alten Spielstand ein bisschen weitergemacht und hab irgendwie Bock gehabt. Und dann dachte ich mir so, ähm, es kommen sowieso ja noch ein paar Titel raus in nächster Zeit, die ich sowieso, die ich auch gerne spielen will. Und dann dachte ich mir aber auch so, weißt du was? Ähm, kann man eigentlich auch mal ein paar Spiele anspielen. Ein paar Spiele anspielen, die ich halt schon länger hab, aber noch nie Zeit gefunden habe. Und dann nehme ich euch einfach mit. Und dann machen wir das jetzt so, dass wir donnerstags und freitags immer mal wieder so ein kleines Format machen, wo ich dann halt was spiele, was ich sonst noch nicht so gespielt hab. Zum Beispiel SnowRunner. Und dann mache ich in Discord eine Umfrage, ob euch das gefallen hat oder nicht. Ja, ob das Spiel für euch interessant war oder nicht. Vielleicht spiele ich es dann auch weiter. Ähm, vielleicht belassen wir es aber auch dabei. Und dann könnt ihr auf Discord einfach auf eine Reaktion klicken, hab ich mir überlegt. Und dann, ähm, sehe ich ja, ob euch das gefällt oder nicht. Ja. Und so machen wir das jetzt, fangen wir das einfach mal an. Probieren wir einfach mal. Mal gucken, wie das bei euch ankommt, wie das bei mir ankommt. Und dann fangen wir damit einfach am Donnerstag mal an. Mit SnowRunner. Donnerstag, Freitag spielen wir den SnowRunner. Und dann nächste Woche, äh, Donnerstag, Freitag spielen wir dann was anderes. So ein bisschen anzocken. Anzocken an Games, die ich sowieso hab, die ich mal ausprobieren wollte. Ähm, die bei mir momentan noch rum, noch rumliegen. Definitiv noch keine Aufmerksamkeit bekommen haben, auch auf Stream nicht. Und vielleicht kombinieren wir das aber auch, fällt mir gerade ein. Wenn ihr jetzt sowieso schon fast den World of Warships Stream freigeschaltet habt, vielleicht machen wir das dann auch mal eine Woche. Das war Donnerstags und Freitags. World of Warships spielen. Einfach mal, ja warum denn eigentlich auch nicht? Einfach mal nach über einem Jahr mal wieder in World of Warships für zwei, für zwei Abende reingucken. Und da können wir auch gerne dann zusammen eine Runde zocken, wenn ihr Lust habt. Ja, Problem gelöst. Großartig. Genau, und deswegen hab ich mir nämlich überlegt, Donnerstags, Freitags. Ähm, ist eigentlich ganz gut. Ja, weil manche Leute haben ja auch unter der Woche keine Zeit oder keine Lust auf der Plattform zu sein. Und deswegen macht sich das gar nicht so schlecht, das nicht nur an einem Tag zu machen, sondern vielleicht auch an einem zweiten. Und sonntags spielen wir erstmal noch ein bisschen Konen. Und dienstags haben wir jetzt ja City Skylines. Ja. So an sich jetzt erstmal die Idee für die nächste Zeit. Und dann mach ich das so ein bisschen auch davon abhängig, wie das natürlich bei euch ankommt. Ob ihr Lust drauf habt. Und wie ich Lust drauf hab. Ich kann leider nie mitspielen. Ich brauch echt dringend einen PC. Will ich da bitte nicht genötigt, Midnight Blue, ne? Also, ähm, jeder ist, ihr seid natürlich gerne willkommen und, äh, gibt ja auch immer mal wieder Sachen, wo ich euch, ähm, wo ihr mitspielen könnt. Und wo ich halt auch sage, so lasst uns mal gemeinsam was zocken. Aber bitte jetzt nicht nur wegen mir da in Unkosten stürzen. Und, äh, bitte nicht, da werd ich auch kein gutes Gefühl bei. Ja, also, das, das, das nicht. Ich nehm euch gerne, ich nehm euch gerne, äh, mit und lass euch teilhaben. Ähm, kein Ding, aber da, da fühl ich mich dann auch unwohl. Ich hab für, zum Beispiel, World of Warships, hab ich früher jahrelang auf dem Laptop gespielt. Ja, also, da hatte ich auch keinen, keinen eigenen Rechner für. Sondern, also, war natürlich ein eigener Rechner, aber es war halt ein mobiler Laptop, ja. Ich mag es einfach, immer wenn Community-Projekte in dem Sinne sind, kann ich nur, obwohl ich gerne mal würde. NPC heißt, genial, ja, das ist natürlich so ein Ding. Nicht nur bei mir, okay, gut. Ich und meine Freundin, wir, und auf unsere Hauptfunktionen.